Jetzt konzentrier dich einmal im Leben. Alles klar, ich konzentriere mich, wir sind fokussiert, es geht los. Alle auf Jason. Warum gehen wir schon wieder einer weniger? Keine Ahnung, weil irgendwer, ich versteh's auch nicht. Das ist der Wurm im System heute. Der Wurm ist im System. Wurm im System. So, Jason Part Sieben. Sieben, sieben, in der Schule wird geschrieben. Oh, ich hab ja eben noch drüber gelästert, der Level 150 Charakter spielt den fetten. Immer wenn ich schlechte Worte in den Mund nehme über ihn, werd ich's und ich werd's. So, ich hab die Battery gefunden. Okay. Das ist gut. Ich bin im Westen unterwegs. Ich hab hier eigentlich nichts gefunden. Hier ist ja jetzt im großen Haus. Hast du ne Map? Nein. Ich vermute jetzt einfach mal, dass auf der westlichen Seite, wo ich bin, dass da auch irgendein Auto ist. Ich renne einfach mal Richtung Süden. Was ist das für ne Map überhaupt? Higgins. Ja, gut. Ja, da ist ein Auto. Oh, beim großen Haus. Und die Fusen. Ist doch klar. Er ist hier. Oh, das Boot ist auch da. Boot und vier Sitzer. Okay, das ist ne gute Kombi. Oh, ich hab die Autoschlüssel. Ohne mich entkommt hier keiner. So, wenn er da ist, dann würd ich gleich mal einbauen. Auch wenn gerade relativ viele niederklassige Spieler mitspielen, also vom Level her, wenn er schon weiß, dass er direkt am Anfang zu Fuse muss. Ja. Ja, ja, und der zieht hier schon die Messer raus. Ja, okay, dann hat er das Spielprinzip schon ordentlich betrifft. So, ich renne jetzt mal ganz schnell zum Auto, da ich das Ding einbaue. Mach mal, er ist immer noch hier. Ja, der wird ja als nächstes wieder herkommen. Das Problem ist nicht... Ne, hier war er schon. Ach, wo? So, ich tapp mal in die Falle. Beim Auto? Ja, ja. Es wird leiser. Oh Gott. Die Musik. So, wer ist hier? Oder? Ich hab's kurz gehört, war ich der Meinung. So, okay. Batterie ist eingebaut, wir brauchen eigentlich nur noch Gas. Dann sind wir ready. Oder wir töten ihn. Welcher Karakter bist du? Ich bin grad mal oben bei Higgins Camp. Hat er schon was? Ja, einen hat er schon. Okay. Ich bin's nicht. Das ist gut. Ich verbarrikadiere schon mal alles so ein bisschen beim Auto. Ich vermute mal, hier wird sich dann irgendwann alles so ein bisschen zentralisieren. Ja, irgendwie auf der westlichen Seite müsste ja dann auch Gas liegen, oder? Ist Tommy schon gerufen? Er ist hier bei mir, glaub ich. Okay, Tommy ist gerufen. Hat du was? Alter! Du bist ich! Du gehst. Geh weg. Oh, ich hab die Fuse gefunden. Auch gut. Soll ich rüberkommen zu dir? Nee, erstmal nicht. Ich glaub erst beim großen Haus. Ich hab die Axt. Da kommt ja die Fuse hin. Ich guck mal, vielleicht find ich einen Schlüssel. Äh, Quatsch. Ein Messer. Das ist natürlich nice. Nice ein Schwein. Aber... Okay, also hier drüben ist nix. Dann würd ich mal... Wo bist du? Du bist im Norden, oder? Ja, Higgins Camp. Oh, er ist hier. Er ist im Westen. Was heißt hier? Okay. Dann nutze ich jetzt die Chance. Wasser? Ich komm mit. Ich geh wieder... Nein. Doch. Was macht ihr eigentlich? Dann hab ich jetzt erwischt. Mit dem Wasser. Jason! Also ich würde am liebsten eigentlich mit dem Auto hinkommen. Oh, oh. Wir sind gleich nur noch zu viert, hab ich das Gefühl. Einer da zerstüttelt. Einer von sechs, oder? Ja, das stimmt. Es ist aber schon krass, ne? Wenn einer irgendwie nicht mit hier mitmacht, sondern aus dem Spiel so rausgeht, man hat ne eklatanten Anteil. Also Leuch, hier in die Falle, ist er noch bei dir? Ich bin bei dir. Ach so. Beschützt du mich dann, oder hast du ein Messer? Ähm, ne, aber das Problem ist, ich hab keine Ausdauer. Dann warte ganz kurz. Lass mal kurz hochschauen, vielleicht ist ja irgendwo ein Messer. Hä, wo ist denn das? Wo kommen die Fuse hin? Ach, Dolzseite. Ach, Dolzseite. Ja. Soll ich jetzt reinlatschen, oder nicht? Nein, nein, nein. Ich guck jetzt noch... Ach so, ne, hier ist aber wohl... Ne, hier ist noch was zu. Oh, schön, da wachsen ja Blümchen durch. Richtig. Richtig schön. Ja, dann will ich jetzt auch was haben, hier, bevor du alles weglutest. Und ich hopp da. Naja, hier ist ja sonst nichts mehr. Und da oben? Nö. Oh, ne. Und hier oben ist alles gelutet, oder was? Okay. Dann latsch ich mal. Und hier? Hier ist da auch noch was. Rechts war ich, glaube ich. Oh, ne Kassette. Geil. Ja. Na gut, dann latsch halt jetzt rein. Äh, wo ist denn das Telefon? Oben? Schatz. Keine Ahnung. Naja. Gucke. Ja, okay, oben. Gucke. Okay, do it. Warte mal, aber ich kann besser einbauen, oder? Ach so, ja, stimmt. Nee, aber Foxy ist auch gut. Dem Schmerz kann ich dem Dicken nicht eintun. Okay, ready, steady, go. Reingelatscht. Okay. Ich bin bereit. L. R. L. R. Er ist hier. Kannst du in einen reinhauen? Fuck, er hat nichts. Ja, ich habe Förder benutzt. Drei Viertel. Drei Viertel. Drei Viertel. Jawoll. Gut, Schatz. Ich bin, äh, ja, komm rein. Ich bin aber in dem mittleren Raum, bin ich. Ich habe zugemacht. Ah ne, ich mach auf. Sag. Komm her, komm zu mir. Komm zu mir. In den mittleren Raum. Oh. Ah, wir hätten den anderen Raum auch. Schnell raus. Raus. Okay. Oh. Oh. Schnell. Oh. Das war sehr knapp. Ja, das war ziemlich knapp. Ja, das war ziemlich knapp. Ja. Okay, ab in den Norden. Äh, linke Haus ist besser. He is coming. Wäre eigentlich geiler gewesen, hättest du angerufen, oder? Bei dir kommt doch die Polizei schneller. Stimmt. Hm. Bumm. Falsche Kombi. Ich glaube jetzt, solange du da reingepiertelst. Oh. Okay, wurde teilweise gelootet. Okay, es ist aber schon dicht. Ja, ja, ich war hier drin. Ich mach mal ne Falle hin. Bist du reingesprung? Nein, er schmeißt ein. Okay. Ja, 3 Minuten 40 ist... Komm mal hier hinten rein, oder? Ja, ja, gut. Ist hier nicht noch irgendwas zum Looten? Okay, ich bin hier hinten drin. Hast du da reingeguckt? Ein, ich legt ein. Ja. Borki Tauki, oder so. Nix. Okay. Hast du hinten abgeschlossen? Ja. Ich hab nur noch einmal Heilung. Ich auch. Hier ist auch noch ein Fach. Okay. Ich geh woanders raus. Ich wollte hier eigentlich raus. Ja, jetzt schaff ich's nicht mehr, danke. Du bist mir die ganze Zeit echt nur im Weg. Du hilfst mir gar nicht. Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Bist du mit deiner Heilung, oder? Ich weiß nicht, wo du bist, Mann. Ich glaube, ich versuche noch mal ins große Haushalt zu kommen. Jawoll, ja. Ist er denn? Wo ist er? Oh! Ich bin tot. Ich bin tot. Keine Ahnung, wo der jetzt war. Ich wollte draußen das Licht wieder anmachen. Voll dumm. Er hat meinen Schädel runtergerupft. Ach, ärgerlich. Ich hab aber, glaub ich, noch eine Heilung, wenn du noch eine brauchst. Hm. Eine Heilung und eine Haxt. Und es sind noch zwei Minuten. Ich hab noch eine Angst gefunden. Sehr gut. Also da draußen, wie gesagt, liegt eine Heilung. Da wo du hin rennst, rechts. Oh! Shit! Das hab ich nicht gesehen, das hat er echt. Eher nicht. Das hätte ich dir gesagt. Krass, er hätte beinahe das Fenster getroffen mit deinem Kopf. Alter. Oh Gott, ist das ärgerlich. Sauärgerlich. Ja, aber oh, Tommy ist da. Natürlich. Und wer ist Tommy? Nona Tigre. Das ist die Level 150. Oh mein Gott. War das gerade schlecht. Oh, sehr gut gemacht. Da hat er Tommy. Alter. Er ist aber auch gut, muss man sagen. Wegschnappen. Er hat's echt verdammt gut gemacht. Hat's richtig gut gemacht. Wir hatten so unsere Sternstunde mit dem Telefon, ne? Das war richtig gut gemacht. Ja. Aber dann hat er uns auf den Kieger gehabt. Ein bisschen dumm angestellt und... Oh, wie dumm. Naja, so dumm. Na, ich dachte, dann hätten wir irgendwie alles zu und auf einmal ran an den mittleren Gang. Saublöd. Ja. Oh, das war gut. Komm und geh mich! Das ist mich, du willst. Erinnerst du? Ja, aber hat hier irgendwer... ... noch keiner den Pulli? Ah, ärgerlich. Aber es ist immer wieder spannend, ne? Es ist immer wieder... Ey, du hast eigentlich so wenig Maps wie in keinem anderen Spiel. Irgendwie ist es immer wieder spannend. Sie würden ihm, glaub ich, gerne das Ding runterschlagen, aber mit ihren komischen... ... Schraubenschlüsseln? Oh, oh. Das würde ich nicht machen. Ah, Glück gehabt. Oh, oh. That's it. Glück gehabt. Oh, oh. That's it. Glück gehabt. Das ist geil. Jason. Ah, das war zu vorhersehbar. Da muss man, glaub ich, nochmal weg. Gerade wenn das Licht an ist, hast du gegen Tommy hier keine Chance. Ja. Ja. Was macht die andere? Artem Kompass. Naja, warte auf die Polizei wahrscheinlich. Na, die könnte aber eigentlich jetzt den Pulli holen. Ah, ich werde danach noch eine Runde Freitag spielen. Ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. Ja, was soll ich machen? So, gehen wir jetzt zurück zu Tommy. So, Polizia ist da. Komm, Jason. Du hast ja noch ein Messer in der Hand, oder Jason? Naja, es ist nur ein Zipfel von seiner... Von seinen Hüsten. Er fliegt. Oh, das war blöd. Didel, 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 didel. Tommy geht nirgends rein. Das war mich erstaunt. Der kann auch nicht mehr, glaub ich. Doch, der kann auch. Wirst du gleich sehen, wenn er wieder fliegt. Dann rennt er wieder. Siehste? Und zack. Oh, sehr geil. Sehr geil gemacht. Sehr schön. Ja, und zack. Wursch. Gut so. Schlitz. Tschüss. Richtig gut gemacht, meine Güte. Auf jeden Fall. Der macht es richtig gut. Einfach nur konsequent hinterher gedackelt. Oh, wenn er... Also, er hat es einfach verdient, sie jetzt auch noch zu erwischen hier. Ist eigentlich schon blütend? Bestimmt. Sind ja nur noch 7 Minuten 40. 40? 40. Wenn er sie jetzt noch so anschnetzelt, dass wenn sie rausgeht, dass sie dann schon verletzt ist, dann hat er eigentlich schon gewonnen. Er darf jetzt nicht mit dem Rage-Modus reingehen. Ah, da ist er. Da wirft er. Ja, irgendwie das mit dem Werfen, da ist irgendwie so ein Fehler im System. Fehler im System. Mhm. Klappt heute nicht. Hat bei mir auch. Aber er macht es richtig. Er macht es genau richtig. Vielleicht ist er auch noch nicht wütend. Doch. Das war dumm. Dann macht er es genau richtig und macht dann den entscheidenden Fehler. Ich mache das immer so, ich schlage zweimal drauf, sodass eine kleine Lücke im Brett ist und gucke dann durch. Hm. Ah. Okay. Ah, wie das ist saugut gemacht, ne? Ach, das ist unsere Hütte. Da drinnen liegen wir. Oder du. Na toll. Ich war da draußen gerade irgendwo im Dreck. Nicht das abgeschlossen. Ne. Oh, da liegt der Kopf. Oh, da liegt der Rest. Oh, da ist die Falle, die habe ich hingelegt. Das könnte ihr den Arsch retten. Wenn sie rausgeht, muss er da durch. Ah. Er kommt mit Sorge rein. Da ist er wieder. Sie latscht einfach immer wieder bei der Leiche. Ah. Da ist er. Sehr geil. Das hat er einfach sehr gut gemacht. Geil. Zack. Alter. Richtig gut gespielt. Richtig, richtig gut gespielt. Ja. Da bin ich gar nicht böse, dass er mich erwischt hat, wenn ich das sehe. Da habe ich gerne zugeguckt. Es war auch überraschend, dass du gestorben bist. Ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen dumm. Du hast auf einmal gesagt, dass das du tust. Was hast du gemacht? Ich bin rausgerannt und habe mir gedacht, ich bin der Dicke. Ich kann gut einbauen. Ach so, den Strom. Den Strom. Und ich habe nur zwei Mal ein Quicktime Event. Und ich habe mich beim zweiten Mal verdrückt. Dann wusste er, wo ich bin. Oh mein Gott. Dann hat er mich sogar angeschnitzelt mit einem Messer. Und ich wusste aber nicht, von wo es kam. Und bin aus Panik nach rechts gerannt. Dann bist du immer noch da geblieben. Ne, bin ich auf Panik nach rechts gerannt. Genau, von da kam er. Ich dachte, er kommt aus dem Haus. Aber shit happens. Dusselbert. Dusselus. Introder Whatever. Untertitelung des ZDF, 2020